Ja, damit ich auch nochmal hallo YouTube und zwar bin ich jetzt gerade erst zu Hause angekommen. Ich war nämlich in Dortmund Espel mit dem Verrat, weil ich habe mir mich vor ein paar Tagen Elias Benji Pavi wieder freigegeben, weil er mich nachts um halb zwei angerufen hat und gesagt hat, wir sind noch Freunde. Da habe ich gesagt, ja, wir können noch Freunde sein. Und dann bin ich gestern schon in Espel gewesen, da waren sie aber nicht da, da habe ich sie nicht angetroffen. So, obwohl sie mir gesagt haben, ich soll da hinkommen. Jetzt bin ich vorhin nochmal in Dortmund Espel gewesen. Da bin ich denen entgegen gefahren, da wo er jetzt ist. So, dann bin ich mit dem zum Edeka gelaufen. So, danach habe ich den erst mal erschreckt für die Taten davor, als er aus dem Edeka rauskam. Und danach bin ich mit dem zurückgelaufen. Und dann hat er so ein Plastikrohr aus dem Busch gucken sehen, das hat er sich rausgezogen. Dann ist er da die ganze Zeit so immer in meine Richtung. Und zum Schluss hat er das mir über den Kopf, so ganz leicht auf den Kopf getitscht. Und danach hat er noch eins da rausgezogen und ist dann mit dem Rohr hinter mir her gerannt. Wie so ein Bekloppter. Ich musste ganz schnell wegfahren. Da ist er mit dem Rohr hinter mir her. Und dann bin ich ganz schnell weg und jetzt bin ich direkt nach Hause gefahren. So was geht natürlich gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob er mich verletzen wollte. Also das geht ja gar nicht. Da fahre ich nicht nochmal hin. Da fahre ich nicht nochmal hin. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.